Unser Restaurant Turbinenhaus liegt in Grüne, aber trotzdem nicht so weit vor dem Stadtzentrum. Unser kleines Restaurant besteht in zwei Räumigkeiten. Diese Räumigkeit hier ist rauchfrei und es gibt ungefähr 24 bis 30 Personen. Der vorne ist ungefähr 16 Plätze. Unsere Küche ist italienisch mit sizilianischem Einfluss. Wir haben auch ein paar Schweizer Spezialitäten auf der Garten. Und über Mittag kochen wir täglich sechs verschiedene Menü. Unser Garten ist natürlich unser Schmuckstück. Der liegt genau am Limmathufer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017